Keine Abgase, kein Motorenlärm. Das zeichnet die zwei neuen Fahrzeuge der Stadt Stuttgart aus. Bis Ende des Monats werden die Street Scooter der Deutschen Post getestet. Oberbürgermeister Fritz Kuh nahm das erste Fahrzeug heute entgegen und fuhr auch direkt eine Proberunde auf dem Karlsplatz. Ab morgen wird dann der Eigenbetrieb Abfahrwirtschaft die Street Scooter testen, ob sie sich auch im Alltag bewähren.